Mein Name ist Peter Prabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin seit jetzt sieben Jahren Verantwortlicher der Nestle Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten. Also insgesamt ein relativ großes Schiff. Wir sind die 27 größte Firma der Welt. Wir glauben heute zum Beispiel, dass alles, was Natur ist, ist gut. Das ist ein riesiger Wandel, weil eigentlich bis vor kurzem haben wir immer gelernt, dass die Natur sehr unerbittlich ist. Der Mensch ist jetzt in der Lage, der Natur etwas an Gleichgewicht zu geben. Und trotzdem kommen wir jetzt in so eine fast Versinnbildlichung, dass alles, was von der Natur kommt, ist gut. Ein gutes Beispiel ist Bio. Bio ist jetzt das Beste. Bio ist nicht das Beste. Nach 15 Jahren Verzehr von gentechnologischen Lebensmitteln ist in den USA bis jetzt noch kein einziger, nicht einmal ein Krankheitsfall aufgetreten. Und trotzdem sind wir in Europa so beunruhigt, dass uns irgendetwas passieren kann. Also auch dort ist mehr Heuchelei als sonst irgendwas. Ja, es gibt da ja bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Hollera und Hollerie, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf bochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel sollte das eine...